Lektion 7 Siebte Lektion Im Reisebüro Erster Teil Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren als Angestellte in einem Reisebüro. Dieses Reisebüro gibt Auskunft über Reisen mit dem Zug, dem Schiff und dem Flugzeug. Auch Busreisen sind zu allen Jahreszeiten sehr beliebt. Die Herbstsaison ist nun zu Ende. Aber eine Ruhepause gibt es in unserem Betrieb kaum. Jetzt im November fängt die Wintersaison an. Wie fast alle Leute heutzutage, mache auch ich zweimal im Jahr Urlaub. In diesem Sommer war ich in Italien. Und im Frühjahr werde ich wieder zum Skilaufen nach Österreich fahren. Ich freue mich schon darauf. Zweiter Teil Gespräch über den Sohn Renate, wann wollt ihr deinen Bruder in Berlin besuchen? So viel ich weiß, findet die Verlobung am 6. Dezember statt. Warum telefoniert ihr ihm denn nicht? Es ist schwer, ihn anzurufen. Ihr wisst doch, dass er in einem Studentenheim wohnt. An welchen Tagen ist er immer zu Hause? Tagsüber ist er selten zu Hause. Und auch abends ist es nicht ganz einfach. Dann müsst ihr euer Gespräch beim Fernamt anmelden. Ja, wir dürfen nicht mehr lange warten, denn nächste Woche wollen wir schon reisen. Busplätze buchen Ich möchte eine Fahrt nach Berlin buchen. Ich empfehle Ihnen eine Fahrt mit dem Bus. Für wann hätten Sie die Plätze gern? Wäre es möglich, am 26. November zu fahren? Ich glaube, ja. Für wie viele Personen? Für drei. Zu welcher Tageszeit fahren die Busse? Sie verlassen München um 9 Uhr abends und kommen morgens um 9 Uhr in Berlin an. Wir fahren also nachts? Ja, aber die Liegesitze in den Bussen sind sehr bequem. Und eine Stewardess versorgt sie auf der Fahrt. Was für Plätze haben Sie noch? Nur noch einen Fensterplatz vorn und einige Plätze am Gang. Dann hätte ich gern diesen Fensterplatz. Es wird meiner Frau nämlich schnell schlecht. Und der Platz neben ihr ist auch noch frei. Schön. Kann unsere Tochter hinter uns sitzen? Ja. Auf welchen Namen kann ich buchen? Auf den Namen Kühn, bitte. Ich möchte die Karten morgen abholen. Ja, gut. Auf Wiedersehen. Ferngespräch Hallo. Hören Sie? Hier ist Ihr Ferngespräch nach Berlin. Hallo, Herbert. Bist du es? Ich glaube schon. Junge, wie geht's dir? Wir werden dich bald besuchen. Dich und Eva. Am 27. November kommen wir zu euch. Wie ist das Wetter in Berlin? Wunderbar. Wir erwarten euren Anruf schon seit Tagen. Wir schreiben euch alles ganz genau. Also, bis bald. Auf Wiedersehen. Wir freuen uns schon riesig auf euch. Wir auch. Grüßt alle in München. Bis bald. Dritter Teil. Was für ein Haus. In was für einem Haus wohnt Herr Pichelbauer? In einem Zweifamilienhaus. Und was für ein Haus gefällt seiner Frau besser? Ein Einfamilienhaus gegenüber dem Stadtpark. Welcher Zug? Welchen Zug nach Berlin nehmt ihr? Den Nachtzug um 23 Uhr. An welchem Schalter löst ihr eure Fahrkarten? Hier an diesem vor uns. Eure Verwandten helfen euch doch mit dem Gepäck. Ja, sie bringen uns mit ihrem Wagen zum Bahnhof. Ja. 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 Na ja. 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 Vielen Dank.